Norddeutscher Rundfunk 2021 Wie macht die bunte Kuh und die bunte Kuh macht Wuh? Und wenn du an gehörnachfass, mach sie dir auch zu Wie macht die bunte Kuh und die bunte Kuh macht Wuh? Denn wenn sie nicht gemolken wird, dann gibt sie keine Wuh La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Okay, Freunde, das war richtig cool, aber da geht mehr. Gib mir ein Mut, gib mir ein Mut. Wir lassen die Kuh fliegen. Wie macht die bunte Kuh, die bunte Kuh macht Mut. Und wenn du an die Hörner fährst, macht die die Augen zu. Wie macht die bunte Kuh, die bunte Kuh macht Mut. Wenn du sie nicht gemolken wird, dann gibt sie keine Ruhe. La 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 la, la 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 la...